Sicher nicht der Beste auf der Welt oder nur in Europa, aber er spielt wirklich sehr gut und was ich von ihm schätze, ist er, diese Freundlichkeit, er ist, man kann ihn auch berühren, wenn man will, und er ist, nur die Frau, nur die Frau. Nein, ich meine, er ist, man kann mit ihm sprechen und er kommt auch gar nicht zu, und für mich ist der Lied der heutige Welt in der Schweiz, absolut, absolut, das war schön, danke, 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 So, Interview, meine Damen, ich brauche Luft, ich brauche Luft, mein Herz ist auf Feuer.